Das nächste Badgadget lässt auch Beyoncé an ihrem Popo. Die will auf Tour nämlich nicht nur überall neue Toilettensitze haben, sondern verlangt auch nach rotem Toilettenpapier. Kannste haben. Drei bunte Rollen in der Geschenkpackung kosten 10 Euro. Ich glaube, wenn du einmal aufs Klo gehst, dann ist die ganze Rolle weg, weil es einfach so dünn ist und so wenig auf der Rolle drauf ist. Aber so macht Klo-Ging Spaß. Das wäre mir viel zu schade zum Popo abwischen. Ich würde es eher nur als Deko hernehmen. Schau mal, das sind so schöne Farben. Von Tarnfarbe Braun vielleicht mal abgesehen. Beyoncys Klopapier bekommt von unseren Testerinnen 4 von 5 Sternen. Einen ziehen wir ab wegen dem Preis.